Willkommen zurück hier in Eko in unserer großen Schmiede. Ich stehe nur bei den Tischen hier, um ein paar Fässer einzusammeln, die wir gleich mitnehmen wollen, damit wir auch entsprechend auch ein bisschen was vorzuweisen haben. Sprich, ausprobieren. Wir wollen natürlich ausprobieren, ob unsere Tankstelle dahinten auch wirklich funktioniert. Dafür brauchen wir natürlich Fässer. Und ja, in dieser Folge, ich habe schon mal fast alles da unten fertig. Also Leitung habe ich gelegt, Puppen habe ich angeschlossen. Ich habe noch ein bisschen den Raumfahrer größern müssen, damit die Lager auch in das Gebäude reinpassen, damit die auch nicht so sichtbar sind. Das sollte eigentlich alles funktionieren. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, das wäre schön. Aber ihr kennt mich ja. So, wollen wir gleich mal losdüsen. Keine Sorge, Stahlbeton. Einen Stahlbeton habe ich gedacht, der hat auch gerade noch wieder ein paar Stück noch durchgebrannt. So heißen 1000 Stück. Aber wir hatten auch noch genug am Lager, von daher. Ja, nur die waren in einem anderen Lager ausgelagert und ich dachte, ich hätte nichts gemacht. Aber ich hatte doch was gemacht und jetzt habe ich nochmal 1000 produziert. Na gut, jetzt können wir uns langsam mit Stahlbeton zuschmeißen. Ja, ich überlege schon, aus welchem Material ich denn das Dach von der Tankstelle mache und wie ich die Zapfsäule machen werde. Das weiß ich auch noch nicht so genau. Das müssen wir mal sehen. So, jetzt wollen wir erstmal kurz hier anhalten. So. Und es möchte einer gerade raus aus meinem Zimmer. Ich muss eine kleine Pause machen, jetzt schon. Bis gleich. Und da bin ich schon wieder. Das ging natürlich schnell. Ich musste ja die Tür aufmachen und wieder zumachen. So, wo haben wir denn jetzt? Hätte ich gerne mal 200. 200 haben wir noch unten drin, 200 hatten wir hier noch drauf. Das sollte hoffentlich reichen. Das wäre schön, wenn das so ist. Aber wir müssen uns natürlich auch noch einen Weg auch noch hier oben übrig lassen. Und wir brauchen auch tatsächlich einen Wartungszugang. Ja, den brauchen wir. Weil, ja, die Gerätschaften möchten natürlich nicht nur mit Kohle versorgt werden, weil Kohle können wir auch von oben befüllen. Aber wir haben ja auch Werktische, ne? Also Werk-Dingsbums. Hier die Pumpe und die Raffinerie zum Beispiel. Da müssen wir natürlich auch rankommen. Und es wäre ganz schön, wenn wir das könnten. Vor ein bisschen Block. Weiß nicht, ist aber eine gute Idee. Kann man so gerne lassen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das freut mich. Ja, Mensch, ist das schön, wie ich mitdenke. Wenn ich gar nicht dran denke. Das ist schön. Okay. So, mal gucken. So, eine Treppe. Ähm, noch eine Treppe. Und, ja, vielleicht nicht hier und hier hin, sondern vielleicht hier hin. Ja, glaube ich, ganz sinnvoll. So, da kommen wir überall dran. Das ist gut. Da müssen wir, glaube ich, nicht dran. Ach, siehste. Ach, habe ich gar nicht dran gedacht. Hier an, an, ach, ist auch egal. An hier, Dings, wie heißt das? Kompost. Ja, der tolle Kompost. Der Haufen Kompost. Der Haufen Schrott. So, mal gucken. Ähm, hm, hm, hm. So, den lassen wir mal hier so. Den sollten wir vielleicht nochmal öffnen. Wäre nicht das Dümmste. Damit wir auch wieder rauskommen. Genau deshalb nämlich. So, hier ist ja das Überlaufbecken von dem, von dem Wastefilter. Und hier sollte möglichst auch zu sein. Warum habe ich da offen gelassen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich da nur vergessen, noch einen Block zu setzen. Kann sein. So, dann wollte ich nämlich noch zeigen. Ich wollte nämlich noch zeigen, wie ich das hier drin gelöst habe. Ich habe einfach nur die Wände noch ein bisschen weiter nach außen gezogen. Habe da eine Pumpen drauf gestellt. Und so sieht das jetzt aus. Ich hoffe, das reicht auch bis hier hin. Das wäre schön. Aber ich weiß es nicht genau. Ja, ich weiß nicht genau. Es wäre schön. Ja, ob es von der Entfernung her passt, weißt du? Das weiß ich nämlich gerade nicht. Aber sollte eigentlich, da oben steht er. Ja, so weit weg sind sie nicht. Ich glaube, das wird reichen. Das wäre fantastisch. Wäre das. Fanta, Fanta. Fanta 4. Äh, so. Den nehmen wir mal kurz weg. Jetzt bauen wir hier auch noch ein Treppchen hin. Treppchen, Treppchen. Äh, Treppe. Treppe. Artig. Artiger Junge. So, Treppe haben wir hier jetzt. Da kommt nichts dran. Das ist gut. Da. Achso, das ist bloß das Pumpendings. Das Pumpendings. Hier kann eigentlich zu. Ja, hier kann eigentlich zu. Das kommt tatsächlich zu. Das ist in Ordnung. So, dann fallen wir hier nämlich auch nicht durch. Dann können wir hier nämlich noch zumachen. Und ich muss mich gleich ganz mal, mal ganz kurz äußern. Das muss noch mal weg. Sonst kommen wir nämlich da nicht dran. An den Dreck. So ein Dreck. So. Zack. So. Zack. So. Zack. So. Und der natürlich auch. So, jetzt kommt da wieder Treppe dran. Treppe, Treppe, Treppe. Treppe, Treppe, Treppe. Ich weiß nicht, ob die da auch war. Ja, ich glaube ja. So. Einmal kurz räuspern. Und wenn ich sage räuspern, dann meine ich richtig schön fett lecker abhusten. Ja, das ist immer sehr erquickend. Kämen wir von da notfalls hoch? Nein, kämen wir nicht. Aber hier kommen wir jetzt hoch. Das ist gut. Das ist okay. Dann können wir hier eigentlich jetzt dicht machen. Theoretisch. Das wäre schön, wenn das so ginge. Aber doch, das geht. Das geht das gut. So. Und hier brauchen wir eigentlich nicht mehr dran. Außer durch den Wartungstunnel dann natürlich. Den Wartungszugang. Den brauchen wir natürlich noch. Das wird einfach nur eine Leiter hier nach unten sein. Ich weiß noch nicht aus welchem Material. Wahrscheinlich aus normalen Tune-Blocks. Fett aber auch. Weiß ich auch nicht. Das muss nicht schön sein. Das muss einfach nur praktisch sein. Denn da gucken wir glaube ich nicht so oft drauf. Würde ich das mal behaupten. Fertig mal so. So. Gut. Die sind schon mal hochgezogen. Das ist schon mal ganz gut. Gut. Können wir den Quatsch eigentlich wieder reinschmeißen. Lager es wohl. Reinschmeißen. Dann schmeißen wir den Rest erstmal hier wieder auf den LKW. Wir müssen sowieso mal hoch, um Holz zu holen. Ich habe ein paar Lager, habe ich auch wieder leer gemacht. Weil ich habe auch wieder ein paar Lager wieder gefüllt. Ja, ist immer ein Hin und Her hier. Na komm. Und ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Sandstein. Außer den Stein zu verarbeiten. So. Dann schauen wir mal. Ach ja, stimmt. Dafür brauchen wir noch zwei Lager oben drauf. Das heißt, wir müssen den Deckel auch gleich erst noch drauf machen. Das geht aber auch. Wir haben noch so viel Lamba. Komm, wir nehmen Lamba. 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 Lamba Treppen, bitte. Danke. Lumba, Lumba, Lumba. Da haben wir Leder. Also nicht Treppen, sondern in diesem Fall Leitern. Das Leitern kriegst du. Äh, vielleicht hier so. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so doof. Würde ich sagen. So vielleicht. Hier, hier, hier vielleicht. Ja, so, so. Ja, klar. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Es muss ja nicht überall ein Fenster ran hier. Denn wir würden hier sowieso nur auf Lager gucken. So, können wir hier schon hoch. Ja, ist doch ideal. Was will man mehr? Sehr gut. Also, Wartungsleiter haben wir gemacht. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich da nicht zubauen darf. Das wäre schön. So, jetzt haben wir da unten allerdings so viel Stahlbeton, dass wir den erstmal verbrauchen müssen. Bevor wir den Testlauf starten. Ich hoffe, wir schaffen das in dieser Folge noch. Das wäre wundervoll. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Aber bisher sieht es gut aus. So. Ja, hier kommt die Leiter hoch. Das ist gut. Wir brauchen ja erstmal hier nur und so. Ach so. Warte mal, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das ist ja nicht so gut. 1, 2, 3, 4. Ja, und genau, genau hier, das ist ja nicht gut. Ja, nee, das ist einer, der ist falsch. Der ist nicht gut. Der ist da nicht gut gelegt. Der müsste eigentlich hier hin. 1, 2, 3, 4, 5. Weil das mit den Lagern ist genau abgezählt. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt man hier auch in den Rohren vorbei. Das ist auch gut. Na gut, das können wir gleich nochmal schnell korrigieren. Das geht ja flott. Das geht ja wirklich schnell. Da habe ich ja selbst ich mal einen schneller, ne? So. Ja, und Eko ist auch mal wieder flott. Flott am Start. Obwohl der Server auch dauernd meldet. Ich habe keine Verbindung. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht, was da los ist. So. Oder ist das Spiel mal wieder zu lange am Durchraufen hier? Mein Oktober ist momentan auch regelmäßig online. Er ist auch jetzt gerade online, aber er hat gerade mit dem Straßenbau zu tun. Hallo Jan übrigens, ne? Hi. So. Er sieht nicht, dass ich auch gerade drin bin. Okay, das sieht doch schon, aber er weiß nicht, dass ich ja auch gerade am Aufnehmen bin. Ähm, jetzt wollen wir erstmal hier die Leiter nochmal korrigieren. Auf die Schnelle, auf die Schnelle. Gut. Das passt. Leiter, 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 Leiter haben wir hier. Zack, zack. So, und dann passt das. Das ist doch schon mal wunderbar. Einen brauchen wir jetzt mal. Haben wir noch irgendwo angefangen? Nö. Na, das ist ja, das ist ja. Jetzt haben wir angefangen. So. Jetzt brauchen wir hier zwei Lager. Zwei Lager, bitte. Zwei. Zwei Stück. Zwei Stück. Fünf. Rucksack zu. Ja, Steinschilder habe ich auch schon dabei. Man hat es vielleicht gerade so im Inventar erspähen können. Das glaube ich, das geht. So. Ich probiere mich die Mauern drumherum. Ja, ich glaube, das geht. Das müsste so gehen. Gut, unten müssen wir die Lager erst noch einstellen, aber das ist auch nicht so schlimm. So, jetzt holen wir erstmal ganz schnell die Fässer, ne? Die Fässer von der Ladefläche des LKWs. LKWs. Und ich habe keine Ahnung, warum ich gerade wie E-Leute-Jong gesprochen habe. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Bei LKW. Wem es aufgefallen ist. Ich hoffe niemanden. Aber ich weiß es nicht. So. Reiner mit. Jawohl. Ist nicht mal halb voll, aber was soll's. Ist auch nicht schlimm. So, jetzt müssen wir Lager zuordnen. Lagerplatz. Nein, Herstellung. Erstmal gucken, was wird denn hier überhaupt, ne? Und so. Benzin, Biodiesel, obwohl das kann eigentlich auch in dasselbe Lager rein, ne? Wir brauchen eigentlich nur ein Lager hier oben. Das hat ja in der ersten Staffel auch sehr gut geklappt. So viel Benzin brauchen wir tatsächlich gar nicht, glaube ich. Das wäre schön, wenn es so ist. Wenn es so wäre auch. Wenn mal immer alles so einfach wäre. Ja, Lagerplatz. Das ist korrekt. Das kommt ja weg. Das kann wieder aus. Jetzt müssen wir eigentlich noch irgendwie den... Ach, das stimmt. Den hätte man noch anschmeißen müssen. Kommt man da hoch? Ja, es klappt. Zack. Na, wo ist da? Wassereingabe-Ohr ist nicht angeschlossen. Wieso? Wieso? Hier ist doch alles angeschlossen. Alles. Guck mal, das ist das Wassereingabe-Ohr. Das müsste eigentlich ja auch alles hier wunderbar brummen und laufen. Kommt nichts an. Warum ist das so? Ach, lass mich raten. Ich habe keine Kohle drin. Haha. Das wäre es ja noch. Ober? Doch. Kohle ist drin. Hä? Was ist denn da jetzt schon wieder los? Es ist ja wieder furchtbar. Mann. Es ist ja wieder so gemein. Oder muss ich die auch erst noch einschalten? Ne. Der ist an. Hatten wir Sitzer? Ja, das bin ja ich. Das ist ganz klar. Das braucht Strom, ne? Das braucht Strom. Hat aber nicht genug Power. Warum ist dem denn so? Das hat ja jetzt nicht so gut geklappt mit dem Probelauf. Ist auch an. Aber warum produziert das denn keinen Strom? Lass mich raus hier. Das ist ja nicht so gut. Das ist ja echt nicht so cool, würde ich sagen. Verbrennungsgenerator. Oder akzeptiert der doch Kohle? Na klar. Hat er akzeptiert. Lagerplatz. Also ich würde sagen, der hat auf alles Zugriff. Aber. Irgendwie? Ich weiß nicht. Oder Moment. Na klar. Der wird natürlich Strom sparen, solange hier kein Wasser gebraucht wird. Und das wird ja erst mit dem Betrieb hier gebraucht. Oder mit diesem Betrieb. Genau mit diesem Betrieb wird es gebraucht. Schauen wir mal. Insufficient Power. Gut. Dann werden wir mal ein bisschen Petroleum hier mal rauszappen. Neun Stunden. Neun Stunden. Willst du mich verarschen? Neun Stunden. Neun Stunden. Boah. Das ist ja so weit. Aber warum geht denn das nicht? Abwasser. Jetzt ist Abwasser angeblich nicht angeschlossen. Bei dem ist Abwasser. Bei dem ist Frischwasser. Es ist ja echt furchtbar. Abwasser. Ach das muss dann auch. Da muss dann auch literweise Wasser drinstehen. Oder was? Ne. Das ist das hier. Das ist das Eingangsroffel Abwasser. Das ist gut. Das ist doch alles. Ist doch alles gut. Was habt ihr denn? Was habt ihr denn? Das oben kann übrigens eigentlich theoretisch bleiben. Für. Ne. Für. Dings. Äh. Hier. Kompost. Für Kompost. Warum funktioniert das nicht? Was habe ich denn hier wieder falsch gemacht? Also der akzeptiert alles. Oh. Das ist auch alles in Ordnung. Wassereingaberohr ist nicht angeschlossen. Wird aktuell benötigt. Wassereingaberohr. Das ist. Das hier. Das ist das Wassereingangsrohr. Das geht hier runter. Das geht hier rüber. Das geht hier rauf. Oder. Moment. Vielleicht liegt das ja daran. Weil der vielleicht quer angeschlossen ist. Kann das sein? Ist das möglich? Dass es daran nur liegt? Müssen wir mal gucken. Könnte ja sein. Ähm. Zack. Nö. Daran liegt es nicht. Ist das etwa zu weit weg? Das kann doch gar nicht sein. Der steht doch da oben schon. Da ist er. Und hier stehen die Geräte. Hä? Aber nicht mal das hier kriegt er Strom von da. Warum ist denn das? Warum ist das so? Warum ist das so doof? Oder laufen Stahlrohre nicht damit? Das müsste aber doch funktionieren, oder? Theoretisch schon. Eigentlich müsste das doch klappen. Hm. Da bin ich echt gerade mal tierisch überfragt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los ist. Hier liegt es nur an der Power. Elektrisch. Oder produziert der ja den... Nee, da kann ja... Der kann ja... Der wird doch... Nee, da wird doch kein mechanischer Strom hier produzieren. Oder? Der produziert doch elektrisch, oder? Der hat doch... Der... Der produziert elektrisch. Hm. Das ist jetzt sehr, sehr... Hm. Holzkohle. Das ist Holzkohle, ne? Das ist Holzkohle, also gut. Holzkohle, normale Kohle. Der akzeptiert eigentlich alles. Wassereingabe Rohr ist nicht angeschlossen. Ist aber angeschlossen. Äh, ich habe keine Ahnung, woran es jetzt noch liegt. Es kann vielleicht an den Rohren liegen, dass die vielleicht gerade im Buggy sind. Das mag sein. Oder liegt es da ran? Nee, ne? Ja, nee, nee, nee. Das war auch... Das war auch eher nicht so wahrscheinlich. Sag mal. Mann. Ach, Mensch. Es ist ja echt wieder schlimm. Oh, so. Das passt jetzt wieder. Gut, das ist jetzt auch Abwasser von da drüben. Ja, das ist Abwasser von hier. Frischwasser von da. Es geht da so hoch. Wenigstens das sollte funktionieren. Aber das hat ja nun seine eigene Kraftstoffversorgung. Angeblich ist aber ein Wassereingabe Rohr nicht angeschlossen. Ist aber angeschlossen. Warum kriegen die keinen Strom? Da ist schon der Käse. Hm. Da bin ich überfragt. Ich weiß es nicht. Es könnte an den Rohren liegen. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Das kann ich nicht glauben. Das will ich auch nicht glauben. Aber ich glaube so langsam doch. Ach, Mensch. Es ist schon irgendwo schade und schlimm. Ach, Echo. Mein Sorgenkind Echo. Natürlich habe ich mich jetzt hier wieder festgeklemmt zwischen den Rohren. Das ist ja wieder richtig. So. Gut, dann holen wir noch mal ein bisschen Eisenrohr hoch. Also hier runter. Das haben wir hier glücklicherweise. Hier so. Ne, das ist Stahl. Ach, Mist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe nämlich keinen Testlauf zwischen den Aufnahmen gemacht. Weil ich wollte eigentlich diese Party mit euch zusammen feiern. Aber Echo, Echo lässt mich wieder nicht. Mann, Echo. Warum? Warum machst du denn das wieder, ey? Du Echo. Echo, sag mal. Gut, dann schauen wir mal hier. Wie wird denn das jetzt hier nun? Wie geht denn das jetzt? Hier so. Gut, dann ist das schon mal wieder miteinander verbunden. So. Das jetzt auch. So, jetzt sollten wir vielleicht tatsächlich die Rohre ändern, ne? Ja, dann müssen wir die Rohre ändern. Mann, das ist ja ärgerlich. Das ist auch ärgerlich. Das ist auch nicht so cool. Wir kommen hier nicht richtig gut lang, ne? Also so wirklich gut kommen wir hier nicht zusammen. So, vielleicht. Ja, ist ein bisschen rohrig hier. Also wieder Rohrschach mäßig. Aber gut, was wir jetzt machen, das bleibt halt nicht aus. So, jetzt müssen wir allerdings erstmal die Rohre wieder abbauen. Das sind aber wieder mehr als 30 wahrscheinlich. Aber wir schauen erstmal. Wir verbinden erstmal nur die Ölpumpe. Das machen wir auch noch in dieser Folge. Damit wir sehen, ob es dann vielleicht läuft. Nehmen Eisenrohr. Ja, man macht das doch mal. Machst du natürlich nicht, wenn es lagervoll ist. Ganz klar. Ja, so. Aber dann haben wir da wenig Zugriff drauf. Das ist schon mal okay. Das ist gut. So, also. Dieses. Da brauchen wir nur Strom. Dann brauchen wir eigentlich nur hier von dem Stromgenerator. Hier mal so ein bisschen. Machen wir für den mal ein bisschen Wasser. Dann gucken wir mal. Natürlich. Nein. Ach, Mensch, ich pumpe doch nicht. Alter Arschpumper. Weißt du, den lässt du aber dranhängen. Mann. Spinner. So. Dann. Vielleicht mal hier jetzt erstmal wieder die Wasserbombe aufstellen. Dieses Dreckstück. So. 22 Eisen, äh, Stahlrohr. Stahl, Stahl, äh, von hier. So. Stahlrohr rein. Stahlrohr rein. Eisenrohr raus. Junge, Junge, ist das ein Hin und Her. Ähm, jetzt müssen wir wieder hoch. So. So, den. 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 Sag mal. Kannst du den? Wär schön. Da. gut verbinden wir hier erst mal ganz schnell auf die rohre das müsste müsste auch irgendwie zu klappen sein müsste es irgendwie das müsste zu klappen sein ja schön was für ein deutsch ich wieder habe hier so da und den und den man gut dass hier noch das wasser alles schön eiskalt ist es schon mal ganz schön das ist schon mal in ordnung so ging das jetzt hier rüber nein da ging das nicht rüber ich glaube es ging komplett hier lang bin ich jedenfalls der meinung und dann kam das da so irgendwie runter glaube ich bin mir schon ziemlich sicher so kommen wir da ja da so vielleicht den fächs hier hochkommen lassen wir auch schön wenn das alles so klappt jetzt endlich mal wäre fantastisch so nein nicht daran hier lang hier dann danke und jetzt so und das jetzt verbunden das gut aber wasser eingabe ist nicht angeschlossen wird aktuell benötigt was ist denn da los oder sind sind die generatoren hier gerade ein bisschen bagi das habe ich auch nicht ausprobiert dann müsste aufgehoben werden kann ja ich weiß man muss erst die ganze scheißkohle daraus fischen so bauen wir den mal kurz ab und dann bauen wir gleich dahin ich bin gerade ein bisschen nervt sorry aber das muss ja wirklich nicht sein dass die gerätschaften die man hier schon hat dass sie einfach nicht funktionieren wollen so ja weil erst mal aus moll ok immer mit der ruhe immer mit der ruhe so power kohle rein und sie immer noch aus gut dann ja gut dann kann ich mir jetzt auch nicht weiterhelfen dann klappt das vielleicht nicht unbedingt mit verbrennungs generatoren die stehen fast sie stehen ja fast nebeneinander dass da also es kann nicht daran liegen dass dass die zu weit auseinander sind das kann daran nicht liegen ich weiß nicht woran es liegt hat es ich weiß es nicht ansonsten müssen wir uns gleich mal einen anderen generator bauen für einen der weniger braucht weniger bestimmte dinge und dann ist es so und ja gut das werde ich bis zur nächsten folge mal gelöst haben dann werde ich auch zwischen den folgen mal testen und wir werden das dann gemeinsam in der nächsten folge auch noch mal ausprobieren also bis zur nächsten folge erst mal tschüss